Das, was man hier sieht, ist kein Pickel mehr. Das nennt sich Abszess und gleich spritzt es auch einmal raus, weil so viel Druck ist, aber die Pore ist sehr, sehr klein, aus der der Eiter abfließen kann und man sollte es auf jeden Fall medizinisch machen, desinfizieren, antibiotisch behandeln, weil es im Gesichtsbereich ist.